Herzlich Willkommen zum Zweikampf Sofa und Orcs Must Die, Ausrufungszeichen Unchained. Es ist auf die Playstation gekommen in einer Adaption von der ursprünglichen PC und der Xbox-Version haben wir es jetzt auch auf die Playstation geschafft. Ja, es gibt ein sehr spannendes Menü und das wolltest du gerade erklären, oder? Nee, das Menü erkläre ich lieber nicht, das würde euch vielleicht abschrecken, weil es ist, naja, sagen wir es so, ich habe schon bessere Adaptionen gesehen, ich erkläre einfach, wir wollen direkt in ein Level reinspringen, nämlich in das erste Koop-Level, man muss ein Tutorial, oder muss man nicht, kann man überspringen, aber sollte man spielen, ein Tutorial absolvieren, das geht nur Singleplay und dann springt man in das Koop-Menü und könnte jetzt Die Bäder spielen, das ist der Stufenbereich 1 bis 3, irgendwer hat das Wasser in den Bädern der Ordensakademie vergiftet. Zygnus ist sich sicher, dass die Unchained dahinter stecken. Zahl es ihnen heim, indem du ihre Truppen auf diesem einfachen Schlachtfeld, das nur eine Tür und eine Bahn hat, eliminierst. Vergiss deine Bodenfallen, den Rest des Textes kann ich nicht lesen. Was ihr hier also seht, ist eine Map und das Graue ist praktisch die Fläche, auf der wir uns bewegen, die Schilder, die da sind, da kann man Wächter hinbauen, das Blaue müssen wir beschützen, durch die Tür, die Schwarze, oben kommen sie. Man kann auch angucken, welche Gegner hier kommen. Bedeutende Gegner sind vor allem auch Bogenschützen, da sie nichts anderes gelernt haben als Spitzes Ende dorthin und schützen über moderaten Fernkampfschaden, aber über wenig Gesundheit. Ja, sehr geil. Oder Bulgott, der gepanzerte Ogre, der gepanzerte Ogre-General Bulgott, deaktiviert mit seinen Angriffen Fallen in einem großen Bereich und verschafft seinen Truppen so bessere Siegeschancen. Wir haben auch noch Sonderkondition, eine vorgegebene Zeit von 8 Minuten, bla 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 bla. So, ich drücke einfach auf Starten und wir gucken dann mal, was passiert. Traum sollst du das? Ja. Na gut, ich bin bei dir, denke ich mal. So, ich muss einen Helden aussuchen. Oh Gott. Ich habe vier zur Auswahl. Ah ja, du hast einen mehr als ich, du hast einen gekauft wahrscheinlich. Ich habe einen mit dem Geld gekauft, ich habe einen Cygnus gekauft und ich glaube, ich bin gar nicht so begeistert von dem. Also, ich nehme den Standard, der auch in Orcs Must Die Teil 1, das ich gespielt habe, damals auf der Xbox, glaube ich, weil ich finde den gut, der hat eine Armbrust, die so ein bisschen MG-mäßig schießen kann und ich fand den einfach ganz okay. Okay. Das heißt, den wähle ich jetzt aus. Ja, ich habe die Gabriela und dann nehme ich auch die ganz Standard-Skin hier. Aber ich habe auch so eine kleine Skin hier. Ja, ich nehme nicht das Standard-Skin, ich nehme das alte, die Glückstunika aus dem alten als ein Game-Skin zu sein. Ja, ich habe für den Violetta-Jahrgang, was auch immer das heißt. So, jetzt muss ich R1 drücken, wähle mein Arsenal. Also, ich habe schon ein Arsenal hier eingestellt irgendwie, ob ich damit zufrieden bin, weiß ich, kann man das abwählen, auswählen, ich weiß das gar nicht. Das kann man, man kann ein weiteres Arsenal tatsächlich erstellen, das machst du aber auf dem Hauptmenü unter Profile und da kannst du neue Arsenale erstellen, also Standard-Konfigurationen. Also, ich habe das Gemüse der Verbesserung im ersten Slot. Ja, wunderbar. Im zweiten Slot kann ich nichts mehr reinwählen. Jetzt habe ich drei Leute-Unterstützer, nämlich, was ist denn das? Einen Drachenwächter, der meinen Verbündeten Gesundheits- und Manner-Regenerationen gibt. Fantastisch. Dann einen Löwenwächter, der verleiht meinen Verbündeten Gesundheits- und Manner-Regenerationen. Bap, 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 ist immer dasselbe. Oder ich habe einen Schmiedwächter, der stößt Gegner zurück und verstärkt Nahkampfangriffen. Solltest du aber nicht wählen. Weißt du warum? Weil auf der Map, der rechte Seite, siehst du nämlich so Schildsymbole, wo die Wächter auch hinkommen, wo du die platzieren kannst. Und da das Schildsymbol ist, solltest du doch auch nur Wächter aufstellen, die auch ein Schildsymbol haben. Dann kriegen die halt immer noch einen Boni oder kriegen überhaupt irgendwie einen Boni. Ja, ich nehme den Drachenwächter mit, so. Genau. Dann kann ich noch einen zweiten Wächter auswählen, das ist auch so ein Löwenwächter hier. So, jetzt kommt Fallen. Ja. Da fange ich erstmal standardmäßig als allererstes mit einer Barrikade an. Fantastisch. Das heißt, da muss nie rumlaufen. Mach ich auch. Dann will ich sie festkleben mit einer Teerfalle und man kann nachher unendlich Fallen haben. Wir haben natürlich nur den Starter-Set, weil wir haben echt nur Tutorial und dieses erste Level uns mal angeguckt, mehr nicht. So, dann gibt es, was ich auf jeden Fall brauche, ist eine Pfeilwand, die man Leute umschießt. Ja, die habe ich auch, ja. Dann brauche ich auf jeden Fall einen erschütternden Stampfer. Den brauche ich eigentlich nicht, aber ich nehme ihn trotzdem mit, weil ich sonst nichts von oben habe. Genau, dafür brauche ich ihn. Dann brauche ich auf jeden Fall eine Schwungkeule. Die brauche ich nicht. Und auf jeden Fall eine Schleuderfalle. Die brauchst du eigentlich auch. Ja, die habe ich auch mit. Du hast recht, ja. Gerade in diesem Level kann man die sehr gut verwenden. Aha. Sehr gut verwenden. Und ich könnte natürlich auch noch einen Zerstampfer von oben nehmen. Zerstampfer? Ah. Was ist denn mit einer Stachelfall daher? Was haben wir hier in diesem Level nicht? Stachelfallen hast du nicht? Hallo? Bitte was? Stachelfallen hast du nicht, oder was? Stachelfalle wäre jetzt die letzte, die ich sonst einpacken könnte. Ich überlege aber, ob ich lieber noch eine Wandfalle nehme, statt eine am Boden. Nee, ich nehme eine Stachelfalle. So, dann habe ich hier so... Warte mal, ich habe dann, ich habe noch dafür Schwefel eingepackt. Dafür habe ich ja diesen Boden, dieses Ding, die Keule, du hast ja so eine Keule eingepackt, glaube ich. Ich sehe es ja übrigens, ach, ist ja geil. Ich sehe ja auch deine Konfiguration übrigens auch da stehen. Das ist, man sieht sie auch noch im Spiel. Ich bin noch nicht durch. Also, ja, ja, ja. Genau. Genau, da kommen so vier Edelsteine, die können wir noch nicht besetzen. Genau, der Edelstein, doch, ich habe Großmutter von Troll gefressen. Das ist ein Eigenschaftsbonus mit plus 12% Schaden gegen Trollschergen und ein Slot-Anpassungsbonus von plus 5% Schaden durch Primärangriffe. Ich bin begeistert. Da habe ich nix, da habe ich auch nix, da habe ich auch nix und unten kommen Tränke rein, wie ich das so weiß, wobei ich noch nicht geschnallt habe, wie ich die nehme, mit welcher Taste, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Das ist die Kreuz links, rechts ist das im Spiel. Ah, dann nehme ich mal einen Zorntrank da rein. Ich habe es nur ausgerufen. Ja. Und einen Gesundheitstrank da rein. Gesundheit. So, oder? Ja, das macht, du hast eigentlich recht, das wäre vielleicht eigentlich schlauer, den Gesundheitstrank da rein, weil da kommt man besser ran an die Taste und den Zorntrank da rein. Eigentlich ist das Digikreuz vollkommen wump, aber wenn du meinst. Ja, ich habe, ehrlich gesagt, ich habe bisher noch nicht einmal einen Halter genommen, weil da liegen welche auf dem Schlachtfeld, die man auch nehmen kann und damit kam ich gut zurecht. Ich bin da sogar schon mal gestorben. so, ja. Ausbereit. So, jetzt sehe ich dich da als Frau und mich in der Mitte als Superheld. Ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte. Na gut. Ha, gelogen. Ha, gelogen. So, los geht's. Du willst hier. Und ich hoffe, dass wir jetzt Zeit haben, erstmal zu bauen, bevor es automatisch losläuft. Also ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit, aber es ist trotzdem, läuft eine Zeit. Also man sieht sie irgendwie nicht, aber es läuft immer eine Zeit und irgendwann macht das Bumms. So, wir hätten uns auch schon mal abstimmen können, wir haben die Map ja schon gesehen. Willst du, man muss natürlich fallen an engen Stellen bauen, willst du die erste Tür nehmen oder die beiden Seiten? Also die beiden Seiten machen wir aus zwei einen Weg, also das heißt, wir machen den rechten machen wir zu. Okay. Und den linken lassen wir auch schon, das heißt, in der Mitte, wo das, da kommen ja alle fallen, das wäre die Killbox. Die sogenannte Killbox. Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten, so Levels immer zu beenden und wie man Killboxen baut. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele Punkte wir haben, weil wenn du jetzt vorne was machen kannst, bin ich mal sehr gespannt, aber wir gehen einfach rechts hier, genau, los geht's. Hier baue ich mal eine Barrikade hin, das mache ich mal erst meine erste Aktion hier. Also die willst du zubauen, sozusagen, als erstes. Klack und Bums. Ich hätte ja hier schon was zugedäumt, sozusagen. Ja, du machst ja hier schon mal zu, dass du hier die Wande voll machst. Nein. Du machst die erste Killbox, ich mache die zweite Killbox hier hinten. Okay. Also, ihr müsst ja so irgendwann eine hin. Ich habe ja auch schon mal keine... Oh, das ist schon alles verbraucht. Ja, ich habe auch schon... Ich habe auch keine... Ja, ich habe... Wieso wir? Ne, du, also ich meine... Die Barrikaden sind das Teuerste, by the way, ne? Ja, nutzt ja nichts. Ja, da müssen wir jetzt das erste Level schon... Wollen wir einen Wächter aufbauen? Ja, genau. Klar. Ich nehme mal den Löwenwächter, ich mache mal irgendeinen. Ich bin mal gespannt, ob deiner weg ist. Was machst du jetzt da hinten? Hier könnte ich noch einen Wächter platzieren, falls die Leute durchlaufen. Nee, das habe ich auch probiert beim ersten Mal, der macht nämlich gar nichts. Weil der schießt dann nur noch, anstatt Nahkampfangriff zu machen. Ich würde das besser finden, wenn er hier vorne immer steht. Und wenn der gleich drauf geht, dann hat man den einfach nochmal platziert. Okay, das heißt, es geht jetzt los und wir müssen viel ballern. Genau. Wir haben keine Fallen sozusagen. Ja, wir haben keine Fallen, wie das halt so ist. Wollen wir dann gleich im Spiel hier noch eine Falle hinbauen? Also so eine Pfeilfalle zum Beispiel oder so? Ja, also an den Wänden hier zum Beispiel. Ja, ja, genau. Also hier so, wo sie langsamer werden, da gehören Pfeilfallen auf jeden Fall. Ja, 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 genau. Ja, dann kannst du aktivieren. Du musst bereit drücken, ich habe schon bereit. Nee, du musst aktivieren, ich habe schon. Ah, eins von zwei ist schon bereit. Ja, 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 sehr geil gemacht, okay. Jetzt müssen sie so erstmal hier durch die, ähm, durch das Tor kommen. Man kann die ja schon mal angucken. Ja, ja, ich sehe sie schon, sie kommen. Wenn man übrigens neben den Wächter hier steht, hat man nochmal ein bisschen Patzerung, ne? Ja, genau. Deswegen versuche ich das. So, dann wollen wir mal hier reinholzen, die Jungs hier. Ach, herje. Da waren auch so komische Woll-Wolfstypen, ne? Die richtig schnell sind. Die müssen wir am schnellsten an... Komm später. Komm später, sagt er, okay. Okay. In der ersten Wälder sind wirklich hier einfache Gegner. Mehrfachzüttung. Ich stehe hinter dir. Ich habe nicht so eine hohe, äh, SPS oder so. Du hast ja eine, äh, eine MG in der Hand hier. Meine MG an, ja. Jetzt kommen die etwas größeren. Ja, geht noch, oder? Yo. Kannst aufhören. Ähm, da würde ich mal sagen, hier in der Falle hin, oder? Warte, 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 warte. Ich habe übrigens 1400 da stehen. 1400 Energie. Wie viel hast du? 1400? Wo siehst du das? Äh, neben dem Gesicht. Links unten hast du dann Hackfresse, ne? Und dann hast du ja die Haltränke und den Zorntrank. Und gleich darunter hast du die ersten, diesen ersten Schmubelubel da. 1700. Okay, dann hast du mehr Energie als ihr. Also wir haben getrennte Energiestände. Das wollte ich eigentlich wissen. All right. Ich kann nur zwei Sachen bauen, das ist ja geil. Ja, ich habe nicht so viel Energie. Aber ich kann dir noch einen Stampfer bieten. Moment mal, ich brauche noch ein paar Stampfer hier hin. Boing. Willst du, äh, nee, 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 stopp nicht da. Willst du nicht hier noch eine Barrikade bauen? Hab ich auch nicht. Hier, wo ich stehe. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist jetzt schon mal die erste Verbesserung, ne? Die erste Verbesserung, ja. Wir sind durch, oder? Äh, die Gäner kommen schon. Jo. Jetzt kommen sie hier nämlich schon automatisch. Trotzdem kommen sie. Ja, die haben wir nämlich nicht unendlich viel Zeit. Das ist ein bisschen doof. Ey, der wollte mich hauen hier. Möglich ist das. Der hat mich sogar gehauen. Ich habe übrigens einen Heiltrank. Ich kann heilen. Ja, dann denk mal dran, weil ich stehe immer mitten im Gefühl hier. Wie immer. Du bist aber kein Nahkämpfer. Wie kommt denn das passiert? Jo, ich bin ein Nahkämpfer. Das ist, mit einer MG steht man doch immer direkt in den Gegnern. Ach so. Äh, nein. Das wusste ich nicht. Das ist wie mit einer Shotgun. Ah, ich habe die verklickt. Ja, ich habe mich gerettet mit meiner großen, dicken Bumme. Ich habe sie mal kurz zurückgeworfen. Jetzt wird es spannend. Du solltest zwar zurückgehen, weil die greifen dich an und die Barrikade. Ne, das wohl. So, das ist ziemlich knippt gewesen gerade. War es das schon? Oh, hier ist einer. Ja, da ist noch einer. Ja, Gau, die Sau. So, nächste Welle. Sieben Sekunden. Ich baue da hinten mal. Ich kann das Ding von der Decke nicht abbauen. Warum nicht? Hast du das gebaut? Das habe ich gebaut, ja. Nimm das weg da. Sofort. Schnell, 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 still. Ich komme. Weg. Nimm es schneller weg. Nimm es weg. Äh, wie mache ich das? Ich kann es nicht. Ja, dann hättest du es zwischen den Pausen nur abbauen können. Geil. Okay, das geht nicht. Dann haben wir ein Problem. Bauen wir einen Stampfer woanders hin. Nein, ich will da keinen Stampfer haben. Nimm es weg. Ich habe die große Schwungkeule. Die holzt alles weg. Nimm das Ding da weg, wenn es irgendwie geht. Echt. Braucht kein Mensch. Nee, ich kann es nicht wegbauen. Gerade nicht. Ja, ich bin tot. Das hilft so nichts. Das war Kacke. Falsch gebaut. Falsch gebaut. Ach, Paula, hast du respawned? Oder wirst du jetzt dran? Ja, ja, ich bin jetzt wieder da. Das dauert aber. Und jetzt stürmen sie alle durch. Das wird nichts. Das ist ein Beispiel für Kacke gebaut. Weil das hängt wirklich davon ab, welche Fallen man wie baut. Sonst hat man ja... So, dann bau mal. Ähm. Nimm weg. Nimm weg, das Ding. Wie baue ich das denn weg? Ah, jetzt. So, bock. Weg ist er. Ich wollte doch nur helfen. Ja, denn aber richtig. So, ich habe hier mal was angebaut. Und ich bin wieder pleite. Ey, Alter, es geht so schnell. Ich habe zwei Sachen bauen können, ja nicht. Ja, ich habe irgendwie drei Sachen bauen diesmal. Du hast also eine Schwungfalle oben eingebaut. Aha, okay. Jo, die schafft unglaublich was. Ich glaube es ja nicht. Was ich hätte gerne mal... Ich hätte gerne mal 1500 Punkte. Dann würde ich mir hier vorne so eine Brandfalle einbauen. Dann putzen die Leute nämlich richtig schön weg. So, zwei Sekunden. Es ist los. Jo. Es hängt echt immer davon ab, wo man welche... Wir hätten nämlich genauso gut auch die an der langen Wand da hinten alle platt machen können. Aber ich glaube, hier geht die Killbox ein bisschen besser. Ja. Aber wir werden es erleben. Weil die haben... Hier hast du ein bisschen mehr Vorlauf. Die lange Wand brauche ich also hier... Weil du hast ja gesehen, die kommen alle Dorkatzen durch, ne? Ja. Da kommen sie. Heieiei. So, jetzt kommen die wieder schnellen Viecher hier schon angerannt. So, das war ein schöner Kombo. Jo, ich mach mal mein NG an. Mein NG hat... Das ist jetzt meine Spezialfähigkeit. Ich bin jetzt hier nur am Rumpeln. Du hast ein NG als Spezialfähigkeit. Ja, ja, das ist so, wenn ich hier aufgeladen bin. Also unchained bin ich jetzt so. Da metze ich jetzt mit meinem NG einfach alles wieder. Ich geh mal ein bisschen näher ran, sonst treffe ich die Leute nicht. Oh, oh. Der Wächter ist weg. Wir haben noch zwei Runden vor mir. Ich mach noch einen neuen hin hier. Mein letzter Wächter ist jetzt hier. Und ich setze, wenn du magst, setze ich jetzt hier eine Feuerfalle hin. Wenn du meins. Weil dann wutzen die mich so langsam hier weg. Dann denkst du, Barrikade ist weg. Ah, da kommen sie ja schon. Ich bin tot. Neu, Barrikade gebaut. Sehr gut. Wo wollen wir das sehen? Oh ja, das war doch schon der letzte. Das waren wir jetzt gerade am Allmann Geld. Ich kann jetzt nichts anbauen. Das ist ein bisschen doof. Okay. Genau, jetzt können wir nochmal die zweite Killbox hier aufbauen. Kann ich hier was hier ranbauen? Nee, das geht auch nicht. Schade. Ich hab ja auch schon zwei. Ja, aber so weit schleudert die nicht so. Deswegen, ja, ja, ich seh schon. Ja, mehr kann ich nicht. Das ist alles. Okay. Ja. Also hier wäre noch eine ganz gut. Ich bin sonst wieder weg. Ja. Ich drücke immer wieder um. Da kommt doch keiner hin. Hier an der Stelle. Natürlich. Warum denn nicht? Weil der rennt doch hier raus und dann rennt er hier weiter. Na, mal gucken. Oh, ein Endboss kommt. Waren wir doch mal. Endboss? Ja. Das ist Level 6. Von 6. Du bist so nah dran. Wo stehe ich denn hier? Der Guardian ist schon hinüber wieder mal. Oh, der war zu schnell, der Sack. Du bist zu nah. Hey. Wieso? Ich kann das nicht aufhalten, ne? Okay, das war's. Warum gehst du drauf? Du bist zu nah bei den Gegnern. Besiegt. Forktfahren. Wohin? Ja, das war unsere erste Runde gemeinsam. Äh, Ghost Recon, White Lens. Quatsch. Ich würde das auch anders aufbauen, glaube ich. Ja, genau. White Lens. Ist klar. Also ich fand jetzt, mein Gang war nicht so schlecht und deine Killbox war wunderbar. Da hätte ich jetzt die Stammfalle nicht aufgebaut, da hätte ich irgendwie was anderes gemacht, aber eigentlich war die wunderbar. Ich fand jetzt, wir haben jetzt keine großen Fehler gemacht, außer jetzt zweimal drauf zu gehen. Die waren ja auch schon fast durch. Na, ich weiß ja nicht. Also ich würde es, glaube ich, das mal, also entweder stopfen wir mehr in die vordere Fallen und du lässt die hinteren Gänge erst sein oder wir nehmen nur die hinteren Gänge. Wir haben nicht genug für beide Seiten, wenn du mich fragst. Ja, wir können ja erst mal vorne anfangen. Das geht. Stimmt. Da müssen wir uns so einfach absprechen, was wir wollen. Genau. Das, glaube ich, macht da mehr Sinn. So. Dann lass uns das gleich nochmal probieren. Hervorrag. Ich gehe wieder hoch. Und wir sagen mal erst mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis bei, äh, äh, ähm, wie heißt das gleich nochmal? Orcs Must Die. Unshank. Es steht links oben in der Ecke. Nee, bei mir gerade nicht. Ich bin gerade in der Spielstatistik, deswegen, äh, die war ja so interessant. Ah, ja. Na dann. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.